Die Mauer geht noch ein Stück nach vorne, das müsste der Schiri ein... Özil! Direkt verwandelter Freistoß, super gemacht! Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Und da merkt man natürlich, dass der gute Mann bei den Freistößen eine Extraeinheit eingelegt hat. Ein richtig guter Freistoß, da gab es für den Keeper nichts zu halten.